östlich markierten gebiet würde ich mal sagen ja sie ist auf jeden fall eine karte gehen wir einfach mal hier durch aber die kenne ich genau die kenne ich mit dem blöden flächen liegen hier ja das kenne ich ja schon dass da mal wieder die kleine rauskommt und weg damit auch noch gab auf jeden fall netten netten loot hier ja ich weiß nicht ob das so gewollt war ok machen wir es jetzt mal auf die schnelle und harte methode jetzt aber mal ein bisschen aufheben die schüssel das war doch nicht das was ich hatte es war wahrscheinlich jetzt eine der noch mal drücken das war wahrscheinlich weil es die kampagne war drei stück daraus genommen haben nicht die passende reihenfolge vermute ich mal da es hier immer noch nix zum regen gibt werde ich mal einen heiltrank schlucken schlucken was haben wir denn hier schönes ok ist hier irgendwas links rum ist hier irgendetwas ist eine ganze menge zombies ach so stark sind die nicht anscheinend ok 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 die masse macht natürlich gut schaden ok so einfach mal durch alles durch und weiter ja lass mich raten was hier kommt ja richtig jetzt hängt das spielbad wieder und auch der letzte ja hier lang ist ist klar mache ich nachher auf den dinger darf nicht stehen okay verstanden sind wir gleich einmal wir sind einmal um haben paar gegner mit geschnitzelt konfrontieren ihn aber erst mal wirklich reingucken was wir haben wir haben eine neue d power niemand einfach mal gehen einfach mal zum sehen was da passiert und das andere ist halt dieser stück das probieren wir einfach mal aus und hier haben wir jetzt mal verschiedene auswahlmöglichkeiten fragen wir einfach mal ok attack fangen wir auch gleich mal mit unserer hat man so richtig zeit zum auswahlmöglichkeit irgendwie fehlt da gerade noch mein charakter mein charakter ah da ist er wieder vielleicht gehörte das auch so ah da ist der was ich suchte was hat das hier mit auf sich naja hätte ich lesen sollen so macht man also eine tür auf ja würde ich ja gerne wenn er lädt aha jetzt lädt er okay okay Elfenpriesterin wie gesagt ihr könnt es euch selber durchlesen ich gebe es mir für für den Release auf da möchte ich dann aller Ruhe meine meine ähm ja Geschichte mit durchlesen okay hier bin ich durchgekommen hier kann ich hoch aber ich geh jetzt mal hier durch oh ja ich habe ja gar keine Maschine auf der Kaste verdammt da habe ich jetzt auch eher einer einer puch das tat jetzt aber weh arg komm da latscht du jetzt aber durch ja komm doch kann ich da durchschlagen ne schade was du tust mich komm doch na na um immerhin heile ich mich jetzt um zehn prozent wenn ich das richtig gelesen habe und mich noch daran daran kann da ist doch etwas ah das ist nur die Rolle die ich Okay. Dann halt... Na, komm schon. Ach, hier kann ich es nicht so gut ausweisen. Ach so. Falsche Taste. Ah, da ist er jetzt. Ich schaue doch mal, was ist das für eine Preddie-Fähigkeit? Kennen wir ja schon. Und baps. Dann sind wir noch weiter in dieser unsichtbaren Gestalt anscheinend. Wir müssen das aufheben. Ah, hier kommen wir noch nicht durch. Was machen wir hier erst? Direkt verlassen. Hm, dann geh jetzt nach oben. Hm, dann geh jetzt nach oben. Hier waren wir. Boah. Boah. Kach. Überall nur fallen. Boah. die latschen durch die fallen und ich riss hier voll ab halt das ist gut habt ihr genug geschossen etwas dunkel hier überall was ich reuchte denn da ah Zombies oder ähnlich was besser gedacht zieht er mich da irgendwo rum das ist so jetzt aber komm was fängt er mich irgendwie noch im Schatz ab was war das wieder vielleicht ein Delay okay müsste man mal probieren rüber zu springen beim nächsten Mal hier kann noch mehr fallen es ist es ist es Ruhe mann ist ja jetzt gut habt ihr es und jetzt aber ja ja geht doch ach so das war Goldtome so jetzt reicht es mir hier aber gerade äh dann Video bestimmt ja 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 so ja suchte doch da haben man muss ja nur gucken. Machen wir mal den Wert. Irgendwie ließen wir das. Doch. Wenn man so weit springen könnte. Fuck. Noch ne Falle. Jetzt müsste man Schurke sein. Aber jetzt haben wir hier noch richtig was zu tun. So komm. Komm. Ich nehme doch den Halt ran. Hier finde ich nie wieder zurück. Wunderbar. Haben wir den Bereich hier auch nicht gefunden. Wie es weiter geht, seht ihr in der nächsten Folge. Ciao.